Achso. Ja, ja, ja. Aaaaaaah! Das muss ich mich ganz aktivieren. Ich muss einen guten Splatterfilm machen heute Abend hier. Ja, wir könnten noch. Lass dich doch einmal hier rechts in die Kamera. Guck mal in die Kamera. Guck mal. Ist die dann kaputt die Maske? Ja, guck, jetzt hast du ein Loch reingemacht. Achso, habt ihr mehrere davon? Hoffentlich. Eins wird immer nur einmal benutzt. Achso, eins wird immer nur einmal benutzt? Dann könnten wir jetzt theoretisch nicht alles kaputt machen. Also jetzt, pass auf, ist das viel authentischer? Nein, pass auf, nimm die Nase, sonst geht meine echte Haut mit runter. Ja, das ist Prothesenkleber, das kannst du nicht einfach sagen. Das sieht doch schon aus wie ein Schmiss hier. Guck mal. Rübchen! Mano, hat es kaputt gemacht. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Ich mach's wieder gerade, komm ich jetzt wieder dran. Kannst du gar nicht. Die Nase ist auch nicht echt? Nein, da kannst du mal vorsichtig dran ziehen. Ich hab ne super Idee. Du guckst jetzt mal so ein bisschen seitlich her. Jetzt ziehst du da ran. Aber vorsichtig. Und wenn ich ziehe, kann ja sein, dass einer umgeschaltet, und jetzt gerade erst reinkommt. Ja. Wenn ich da dran ziehe, schreist du bestialisch. Okay. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja. Ach ja. Das hast du dir was gemacht. Ich will nicht nach Hause gehen. Oh mein. Was soll ich nach Hause gehen? Schreien um Schreien. Mit Schreien ist das total super. Komm noch mal. So. Es kommt noch dicker. Ab Montag. Insat 1 immer 20.15 Uhr. Ich glaub es wird ein Erfolg. Kann man jetzt schon sagen. Ja, das ist großartig. Komm schnell zum Arzt. Wolke Hegenbart meine Damen und Herren. Komm schon.